Borderlands 2 funktioniert nicht mehr. Okay. Nicht wirklich. Nein. Nach Dauer ist schon eingeschlafen. Ja? Habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich auf Würdung unterwegs war. Ja, schlaff nicht während der Erzählung ein. Die Kiste gelutet. Aber den Briefkasten haben sie vergessen. Hä? Struggles. Das ist nicht für kein Kasuch. Äh, was? Beeil den Scheiß. Warum lässt er uns den Roboter da auch nicht das Auge? Das ist lustig, der wohl schlauste Typ aus in der Klasse, der auch am reifsten wirkt. Reifesten wirkt. Ja, ne? Ich guck mal in Sonne. Nanana, nanana, nananana, nananana. Das ist vollkommen. Das ist leider Musik. Cool, Geld. Von die Wichern dir gar keine Geld verdienen. Hm, muss ich, muss ich mit ihm aufheben? Ich bin schon den Weg hintergelaufen. Er redet vor sich hin. Er scheint nicht gerade wirklich allein zu sein. Ach komm. Halt's Maul. Halt's Maul. Ich liebe es. Okay, mein Charakter ist ein Nerd. Das ist lieber gut. Ich hab grad legitim Kopfschmerzen. Ich hab grad legitim Kopfschmerzen. Und während die jetzt erstmal die uns straff machen, esse ich kurz ein bisschen Chicken Wings. Was? Wieso, wo ist der Schalter? Da. Wieso? Wieso verfehle ich? Redet er sich mal die auch so blöden Kreis? Ja! Bleib stehen, Alter! Ich mach's anders. G1 nemo. Hey! Ja, ich hab den ja auch lieb. Ja, ich will. Ach, du kannst mich mal. Oh, ich geh mir den... Ich geh mir mitschmunkillen. Ja, ich... ich folg dir schon auf. Schritt und... Schritt... Nein. Nein, Abiona. Du törf mit dem ersten Gesetz. Du darfst dich töten. Du hast ja keine Rädchen an deinen Schuhen. Ich bin ein Cowboy. Okay! Mit deiner eigenen Granate gekillt. Und zugleich wieder überlebt. Suicide is badass. Okay. Okay. Okay? Was war das schnellste Mistschmunkbeut, den ich hatte? Das sieht so traurig aus! Was? Und was? Du? Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. Bleh. 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 Ich verliere... Nein! Das war knapp. Ich bin gerade so auf dem letzten Drittel irgendwie, der berückigt ist. Ich hab keine Zeit dafür. Achtung, Zuseppe an Bord. Ich glaube, ich hab's einfach zu warnen. Ich hab's ja abgelenkt. Gebert euch nicht, bevor ihr überhaupt was anbildet. Echt der Raider, desede! Desede! Nico Nico Niii! Oh oh oh! BAM! Ich liebe Weckdow. Und das hätte er nicht selber machen können? Okay. Übermäßige Freude. BAM! 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 Kann ich verschießen? Ähm! Es kam ein bisschen spät. Lassen! Seine Freundin schläft und er guckt jetzt hentai. Fuck! Eier geschrumpft! Eier gefahren! Hint. 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 Brenn doch mal laut, lauter! Haha, du bist da besser. Für eine bessere Zusammenarbeit verfügen wir beide über ein Ping-Tool. Link, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblings-Tier aus. Pussy! 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 Ähm... Ähm... Von all den Tieren... Ich mach Wunnen. Orange, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblings-Element des Periodensystems aus. Oh, ich hab da... Mhhh, das gibt's denn nicht. Waffe, Waffe. Die Waffe ist einfach mal größer als das Mädchen.